moin moin meine lieben ja heute mal kein angeln ich hatte lange kein video außer das letzte naja gut wer gesehen hat der will so rumgehen ich will heute mal gucken ob es schon pilze gibt und zwar speziell maronen röhrling und vielleicht mal ein steinpilz mal gucken wir haben es ende september normalerweise fängt die pilzzeit so mitte september an für diese sorte pilz und dann gucken wir mal könnte etwas schlechte lichtverhältnisse geben weil es sehr früh am morgen und ja da bitte ich mich doch zu entschuldigen dafür na denn ist nun mal dann schlecht mit licht okay wir gucken hier mal hin und schauen ob man ein paar tolle pilzchen finden ok ja hier habe ich schon was entdeckt aber das ist nicht für unsere nase das was gifte das krabbelt denn da ach ne kröte ja also giften gibt es schon mal das ist ein gutes zeichen eigentlich gucken war gucken war ja scheiße sehr dunkel hier alles nach naja was besser draus machen im moment sehr sehr blass sieht aus geregnet hat es aber eigentlich noch im sommer über aber wir gucken weiter wenn ich fahre mal in den anderen wald ja gegen war also pilze sind die noch da nur leider nicht die ich suche hier war doch noch irgendwo war eine meuchel oder so was habe ich doch gerade hier irgendwo gesehen ach ja ja dann werde ich mal an den nächsten wald gucken ja schau mal nächsten wald mal rein sondern war die nächsten mal mit den euglern ab ja alles mögliche an pilze hier nun steht was ich will gut nächster wald maga maga ist an meiner altbewährten stelle dann müssen wir wohl noch ein zwei wöchlein warten naja ende september wenig regen letzter zeit naja ok wir gucken noch ein bisschen pilze ja aber nicht das was ich suche schon wieder alles voll hier von die dinger ja dann war wohl gleich abbrechen hier wenn man einmal hier seht oha oha leer ja ein bisschen gucke ich noch um denn brechen war das war leider ansatz mit x in ein zwei wochen versuchen was normal müssen ja kommen jetzt vielleicht noch immer regen abwarten und dann geht das los ja vielleicht doch noch ein bisschen frühen war zu trocken ok denn macht gut und bis zum nächsten mal nach euer andy